Willkommen zu Systeme für MS-Dust. In diesem Autorechtspiel geht es mit einem FBA-Auto Rente zu gewinnen. So, in meinem Video-Mod vorgegangen. So, in dem war Ed mit meinem kleinen Soundwasser zu auswählen. Mit der F10-Taste stand mir das Spiel. In der Amiga-Wertel ist das Spiel gestanden, wenn dieses Fenster erscheint. Den roten, äh, rechts. Wenn man das unterreindost bei einem schnellen Rechner, könnte man im Auto keinen Zentimeter bewegen. Ein paar Dritte. Das war knapp. Mit der Enter-Taste kann man, äh, gucken, damit die LKWs und die roten Autos hier verschwinden. Jetzt sind wir erst, äh, was ist das Spiel? Äh, viel. Äh, man muss nur die Strecke verfallen. Und genau wissen, wo man... Vor allem müssen wir abbiegen. Also müssen wir hier... Also hier mitgeschlagen, dass mit anderen Pünterautos macht das Problem... ...dürfen wir keine Zeit verschwinden. Aber es ist ja einfach so... ...warte, das würde tatsächlich rot hier... ...und wenn man auf den 50 Sekunden Hicke verfallen. Aber die Hälfte der Strecke ist natürlich höher. ... Wir hatten manchmal die Strecke nicht öffnet... ...und dann müsste, wie die Strecke ausgehen. Das wird einmal nachher sauf geboren. Wir müssen uns dann sauf passen, damit wir nicht an diese Stank nehmen. Was liebsten Sie für?